Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Kauftipp-Video. Ich möchte in diesem Kauftipp-Video nur ein Produkt empfehlen, was ich als riesen Kauftipp aussprechen kann. Und zwar habe ich mir vor einer Woche oder eineinhalb Wochen was von Soap & Glory gekauft, sagen wir es mal eher so. Das gibt es ja am Douglas und ich bin einfach nur absolut begeistert. Ich habe es zwar bis jetzt nur einmal verwendet, aber ich liebe es jetzt schon abgöttisch und kann es euch echt nur ans Herz legen. Und zwar geht es um das Flake Away, ja das Flake Away, dieses Peeling von Soap & Glory. Das ist eben so ein Body Peeling mit Shea Butter, Zucker und Pfirsichkernpulver mit mehr Salz, Traumkernöl und Mandelöl für eine weichere und glatte Haut. Gut, ein Feinschliff gefällig, eine Handvoll Flake Away auf die noch feuchte Haut auftragen und in kreisförmigen Bewegungen so lange einmassieren, bis sich ein Großteil der Körnchen aufgelöst hat. Gut abspülen, trocknen und ein Körperöl oder eine Bodylotion anwenden. Ja, genau. 300ml sind da drin und es kostet 14,95€. Finde ich wirklich absolut genial, weil es einfach nur himmlisch, also absolut geil riecht. Ihr müsst einfach mal reingehen und dran riechen. Ich liebe es, ich liebe diesen Geruch, ich will nur noch diesen Geruch auf meinem Körper tragen. Es ist einfach auch so, dass wenn ihr das so, erstmal tut ihr so Hautschüppchen entfernen, dann ist eure Haut auf jeden Fall schon viel, viel weicher und glatter. Und dann ist noch so ein Punkt, dass es absolut genial riecht und der Duft bleibt auch noch den ganzen Tag. Also ich muss echt mich beherrschen, das nicht jedes Mal, wenn ich duschen gehe, zu verwenden, weil man soll ja auch nicht so oft ein Körperpeeling machen, aber ich würde es am liebsten. Also ich muss mich wirklich beherrschen. Weil ich den Geruch so, ich liebe den Geruch, ich liebe ihn. Ihr müsst echt zum Douglas gehen und müsst da mal drin riechen. Ich bin einfach nur völlig süchtig, also ich bin absolut süchtig nach diesem Zeug und ich kann wirklich nicht mehr sagen, als dass ihr unbedingt mal an ihm riechen müsst. Und für 300ml, ja, 14,95€ ist wirklich noch günstig, also das wird euch ewig halten. Ihr braucht wirklich überhaupt nicht viel und ja, es ist halt ein Riesenpott und es sieht auch noch super, super süß aus in diesem Rosa und ich liebe es einfach nur und kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr ein Körperpeeling sucht, das pflegt, das super, super gut riecht und wenn das der Geruch halt länger hält, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und gerade im Winter jetzt ist es auch wirklich sehr, sehr schön, da diese Körperschüppchen nochmal abzumachen und die Haut ein bisschen besser zu pflegen. Und man merkt auch sofort, dass die Bodylotion, die man vielleicht auch dann abends oder so drüber macht, dass sie viel besser so auf der Haut gleitet und ja, einfach, das ist einfach genial. Ich liebe es und für 14,95€ auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung, Kauftipp und ich werde es mir definitiv auch wieder nachkaufen. Und wenn es aus dem Sortiment gehen sollte, würde ich es mir nochmal 20 mal kaufen, weil es einfach absolut genial ist. Genau. Ja, das wäre jetzt mein Kauftipp. Ich hoffe, er hat euch was gebracht und ja, ich hoffe, ihr geht mal hin und riecht oder ihr kennt es schon. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ja, ob ihr das vielleicht habt oder ob ihr noch andere Produkte von Soap & Glowby mir empfehlen könnt. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.